Hallo und herzlich willkommen bei Jörg-Mengel-Friseure. Heute haben wir wieder was sehr interessantes. Ich darf euch die Sarah vorstellen. Die Sarah hat feilere Haare. Es ist eigentlich leid, immer mit dem Lockenstab zu arbeiten und immer viel Arbeit zu haben. Sie möchte ohne viel Aufwand ein richtig großes Volumen. Und genau das bekommt sie heute von uns. Viel Spaß beim Zuschauen und los geht's. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020